Jetzt aber dieses Viech... äh... abmuxen. Da rennt es rum. Tja, wo ist es hin? Ja, wo ist es hin? Hm, ein Eck. Gut gemacht! Ja, was erinnert mich? Ich bin der Kovax-Worx-Shop. Du möchtest? Du solltest. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Erst du musst, aber erst mal sehen. Heute, ich will dir wie ein Schuss-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx-Worx. Chapter 8 Handmade Guns You must improvise to survive. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your staff. Choose combine and select the diving tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube and next with a hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items, but choose wisely. See, mindsets tight. There are many things you can use. Yeah. Yeah. So, mehr Klerkram, mehr Klerkram, nein, so genau, und jetzt alles zusammenbasteln. So, hab ich Klerkram. Kann ich zwischen den Bogen an den Dingern hin und her wechseln, sehr gut. Hat er mir gegeben? Ja, was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nichts. Was ist das? 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 Hmm. Ich wollte schon sagen, ist das wie so ein Schrottgewehr? Ach nee, es ist ja ein Schrottgewehr. Warum rede ich nicht so viel? Es gibt nichts zu reden, es gibt Let's Plays, da gibt es einfach nicht viel zu reden. Chapter 9 Resting If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about resting. To survive day after day, it's imperative to rest. You should not sleep by day and night, but when fatigue is felt. The more you are tired, the more your stamina decreases. You must sleep to replenish your vitality, but you cannot sleep anywhere. It's too dangerous. You must find a safe place where you can rest easy. There are many secure shacks you can sleep in safely, but they will need to be cleaned out before you can rest. Don't worry, we will have to eat here. Let's make something better. Shit! не do we know what we do... ...is a dangerous war? No, no... Das ist ein Arm. Oha. Wo ist der hier? Ach, der ist da doch hier. Oha. 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 Oh. Oha. 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 In case you are rich, you should return back to your friend. Or you can stay here and explore my island if you want. You may meet some of my loyal friends. Die Menschen, die Möngkeien. Sie sind oft in diesem Ort. Hey, es geht mit dir! Das Inventar ist voll Verdammt Alles So jetzt habe ich aber eine Idee Wer das hilft So wo ist jetzt mein scheiß Helm Zusammenfügen mit Stein? Macht er jetzt irgendwas? Achso, ne, ist nur mit dem Stein Ähm, mit dem Knochen Yeah, wie ich jetzt aussehe Immer noch so ein Helm hier Ich würde ihn mal mit dem Stein zusammenfügen Obwohl, ne, das ist wieder verschwinden So ein bisschen Nein, Quatsch Aufschmeißen Wohin noch Hier ist Rohr Teil hier Halbautomatische Waffen Pistole Wie geht es das denn? Pistole Pistole Ich habe einen